Wirklich perfekt, also so ziemlich. 35? Ich hatte eine 34. Also im ersten CP hatte ich keine Chance, aber im zweiten CP hatte ich wirklich mal eine 34. Alter, jetzt wird es noch besser. Aber das habe ich natürlich nicht durchgebracht, wer hätte es gedacht. Also es hat sich nichts getan in den Leaderboards. Ich habe mich jetzt leicht verbessert, habe viel am Ende verloren. Das war glaube ich eine sehr gute Runde. Und ja, es ist immer noch nur Herbie. Wenn Herbie nicht da wäre, hätten wir wahrscheinlich Top 5. Komm, ist Shorty Storchiosen? Ja! Punkt 50. Shorty Storchiosen.